Hallo, ich bin Dirk. Und als ich vor einiger Zeit wieder angefangen habe, Videos zu drehen, so wie dieses hier, da habe ich zunächst mal vieles von dem Equipment weiter benutzt, das ich so vor zehn Jahren etwa dafür schon mal angeschafft hatte. Und das geht auch heute immer noch ziemlich gut, aber wenn man dann mal so ein bisschen damit arbeitet, dann merkt man schon, das ist alles ein bisschen angejährt. Also habe ich mir überlegt, da muss was passieren und habe investiert und habe mir also was gekauft. Das ist hier in diesem Paket drin, das heute gekommen ist. Das ist ein Funk-Mikrofon-Set und noch ein bisschen Kleinkram. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. So, dann wollen wir mal gucken. Das Paket haben wir und dann schauen wir mal, was da drin ist. Dann muss ich das jetzt hier mal aufmachen. Gucken, dass ich mir nicht die Finger absäble. Gut verpackt ist es. Ah ja, dann geht das auch schon auf. So, dann gucken wir mal, was da drin ist. Und dann haben wir hier Kabelbinder, Kabel und dann das eigentlich Spannende, nämlich einmal das Wireless Go 2 von Rode mit Lavalier-Mikrofon dazu. Ein Verlängerungskabel für das Mikrofon und nochmal zehn Kabelstraps. Okay, dann machen wir mal weiter. Dann gucken wir mal jetzt in dieses My Wireless Go 2 System rein. Das ist hier so zugeklebt. So, machen wir das auf. Da ist einmal Kabellage, Tasche zum Einstecken. Und dann hier sieht man schon die drei Geräte. Ein Sender, genau da kann man sehen, da ist das Mikrofon. Und das hier ist dann offensichtlich der Empfänger, weil da ist kein Mikrofon dran. Hier ist der zweite Sender. Dann gibt es hier diese Aufsteckpuschel für Außenaufnahmen. So, dann haben wir hier noch Kabel. Und zwar, genau, einen sehr kurzen Anschluss, mit dem man den Empfänger dann an die Kamera anschließt. Und eins, zwei, drei Ladekabel für das Ganze. Ladegerät ist nicht dabei. Dafür aber hier immerhin noch eine Anleitung, wie man damit jetzt loslegt. Und die ist offensichtlich mit viel Bildern. Das ist schön, dann verstehe ich das auch. Dann haben wir nämlich hier noch als zweites das Lavalier-Mikrofon, das ich dazu gekauft habe. Und auch hier wieder eine formvollendete Tasche da drin. Und in der Tasche jetzt das Mikrofon. Zum Anklemmen an den Kragen hier, das ist das Revers. Dafür hier diese Anstecknadel und das eigentliche Mikrofon mit Kabel. Auch gleich mit Warnung, dass man sich bitte damit nicht strangulieren soll, weil das Kabel Kevlar enthält und deswegen besonders reißfest ist. Und die Idee dabei ist halt, dass man, wenn man einen solchen Sender hier hat, dann kann man das Mikrofon einfach hier reinstecken. Und hat dann eben nur noch das Mikrofon am Revers und kann den Sender irgendwie an den Hosenträger schneiden oder an den Gürtel. Und damit hat man ihn dann aus dem Bild. So, dann werfen wir doch mal einen etwas genaueren Blick auf die Geräte selbst. Ich habe hier also jetzt den Rode Wireless Go 2 Empfänger und die beiden Sender. Und wenn mich das jetzt aktivieren will, das System, dann habe ich einfach hier den Knopf, den Einschaltknopf. Wenn ich den drei Sekunden drücke, geht das Gerät an. Und er hat also seine beiden Mikros und seine beiden Kanäle sind schon in Vorbereitung. Und jetzt wartet er darauf, dass die Geräte eingehen. Dann schalten wir mal den einen ein. Da ist er auch schon. Und das ist Nummer 1. Dann tue ich den mal hier rüber. Und das ist dann hier offensichtlich Nummer 2. Gucken wir mal, schalten wir den auch an. Ihr seht schon, die zeichnen bereits etwas auf. Das ist logisch, weil ich sitze ja direkt daneben und spreche die ganze Zeit in mein Mikro, mit dem ich die Aufzeichnung mache. Und man könnte das jetzt einfach umschalten und die in die Kamera reinstecken. Aber ich habe mir da etwas Besseres überlegt, um das hier mal zu präsentieren. Das ist ein ganz normales Kabel 3,5 mm Klinke auf zwei Thinch-Buchsen. Und diese 3,5 mm Buchse ist halt das, was auch an Kameras dran ist. Und dann nehme ich jetzt mal das Mischpult rein, mit dem ich hier die ganze Zeit arbeite, in das also der ganze Sound reingeht. Und da kann ich jetzt dieses Kabel einfach anschließen an hier den Kanal 910. Und habe damit die Möglichkeit, hier über das Anschlusskabel, was bei dem Rode-Gerät dabei ist, den Empfänger von dem Rode-Gerät hier an mein Mischpult anzuschließen. Das mache ich jetzt einfach mal. Dann haben wir hier die Buchse. Und damit geht der Rode-Sound in das Mischpult rein. Und wenn ich jetzt die beiden Mikrofone nehme und hier so hinhalte und dann aufdrehe, dann kommt der Sound jetzt aus den beiden neuen Mikrofonen hier über die Funkstrecke. Ihr merkt schon, ich habe jetzt beide Mikrofone in der Hand und halte hier beide Mikrofone hin. Das liegt daran, wenn ich eins von beiden wegnehme, dann bin ich nur noch auf der einen Seite respektive auf der anderen Seite. Das ist eine Funktion, ein Feature dieses Rode-Systems, dass es beide Soundkanäle getrennt aufzeichnen kann. Wenn man das aber nicht will, dann, und jetzt muss ich hier mal wieder umschalten, so, dass man mich hört, wieder über das andere Mikrofon, dann kann man einfach die beiden Knöpfe unten hier für drei Sekunden drücken, gleichzeitig, und dann schaltet das Gerät um auf einen einzelnen Kanal. Und der geht dann auch nur mit einem Mikrofon, mit einem der beiden Mikrofone halt auf beide Kanäle. So muss man halt in der Nachbearbeitung nichts mischen, sondern hat eben zwar nur einen Monosound, aber den eben von beiden Mikrofonen. Bleibt noch, dass es momentan so ein bisschen zischt und der Ton so ein bisschen zischt und ploppt. Und dafür gibt es ja diese Aufsätze, die dabei sind. So, Moment, ich räume das mal zur Seite. So, dass man das sieht. Dann kann ich hier diesen Aufsatz nehmen. Wenn man da genau hinguckt, gibt es da so zwei Vertiefungen im Puschel und zwei Höcker in dem Aufsitzer. Und dann kann man das da so reindrehen und festdrehen. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. Und dann sollte der Sound jetzt auch aus den Rode-Geräten wesentlich besser sein. Es knackt und zischt und puschelt nichts mehr. Das Anbringen des Rode 2 Empfängers an einer Kamera ist tatsächlich sehr einfach. Ich muss lediglich das mitgelieferte Kabel in den Empfänger reinstecken und dann nehme ich die Kamera. Ich habe in diesem Falle mal eine Canon 80D. Da bringe ich den Empfänger dann an und zwar kann ich den einfach hier in den Blitzschuh reinschieben. Und dann muss ich mir nur noch die Audio-Buchse nehmen, die Mikrofon-Buchse und da das Kabel reinstecken. Wenn ich das Kabel so vorne rumleite, dann kann ich anschließend auch das Display noch problemlos öffnen und an dem Stecker vorbei bewegen. Ja, und schon ist das Ganze angeschlossen und einsatzbereit. Und so sieht das dann aus und vor allem so hört es sich an, wenn man jetzt mit dem Rode Wireless Go-To direkt an der Kamera arbeitet. Ich habe mir jetzt mal hier den Sender direkt ans Revier gepackt und das Ganze geht jetzt per Funkstrecke rüber an die Kamera und wird dort direkt aufgezeichnet. So, ich möchte euch noch drei weitere Funktionen des Empfängers vorstellen. Das hat hier mit den Tasten zu tun. Da haben wir hier links erstmal eine Taste, mit der ich den eingebauten Vorverstärker umstellen kann. Der ist momentan auf 0 Dezibel eingestellt. Ich kann das aber absenken und zwar auf minus 24 Dezibel oder auf minus 12 Dezibel. Das sollte ich sinnvollerweise dann machen, wenn es ansonsten zu einer Übersteuerung kommt. Das ist hier aber nicht der Fall und deswegen können wir das so lassen. Der zweite Knopf ist hier rechts. Damit, wenn ich den einmal drücke, seht ihr, kann ich eines der beiden Mikrofone anwählen. Dann geht da so ein Rahmen drum an und wenn ich das mache, kann ich mit der linken Taste das entsprechende Mikrofon ausschalten. Entweder nur eines oder sogar alle beide. Und dass ihr mich jetzt noch hört, liegt daran, dass ich clevererweise noch ein drittes Mikrofon angeschaltet habe. So, dann schalte ich das hier mal wieder ein und hole mal die Uhr rein, weil die letzte Funktion, die hat hier mit dem Ein-Ausschalter zu tun. Wenn ich den kurz drücke, dann seht ihr, dass hier bei der Helligkeitsanzeige der Strahlenkranz ausgeht. Und dann wird nach jeweils 10 Sekunden ohne Bedienung das Display dunkel geschaltet. Das ist sicherlich dann sinnvoll, wenn man irgendwie in dunkler Umgebung arbeitet. Führt aber auch dazu, dass jetzt ein versehentlicher Druck auf einer der Tasten zu nichts, dass dabei nichts passiert, weil dann wird einfach nur das Display wieder eingeschaltet. So, ich schalte das jetzt aber mal wieder an, denn ich möchte euch noch etwas zeigen. Das Rode Wireless Go 2 lässt sich nämlich auch sehr flexibel in andere Audio-Setups integrieren. Nehmen wir dafür zum Beispiel hier dieses Kabel, das auf der einen Seite eine 3,5 mm Stereoklinke hat und das Signal hier in diese beiden 6,3 mm Monoklinken weiterleitet. Wenn ich jetzt den Rode Empfänger an diesen Stecker anschließe, dann ahnt ihr vielleicht schon, wohin das Ganze führt. Und ich nehme hier jetzt mal das Mischpult, mit dem ich hier schon die ganze Zeit arbeite. Und ich kann jetzt mit Hilfe dieses Kabels die beiden Signale von dem Rode Empfänger hier in zwei getrennte Kanäle im Mischpult weiterleiten. So, und wenn ich jetzt darauf umschalte und jetzt wieder über das Rode rede, dann seht ihr, kann ich hier mit den Einstellmöglichkeiten am Mischpult das Signal wahlweise nach links oder nach rechts drehen oder auch die Charakteristik der Verstärkung hier entsprechend ändern oder anpassen. Und was ist jetzt mit dem Lavalier-Mikrofon? Um euch das zu präsentieren, habe ich hier nochmal den Kopfhörer aufgesetzt und das Mischpult aufgebaut, weil dieses Mikrofon, ich habe das hier mal schon vorbereitet, das ist ja so ein kleines Ansteckmikrofon und das wird hier dann an der Kleidung befestigt, am Kragen oder an einer Krawatte, die ich jetzt allerdings nicht anhabe. So machen wir das einfach mal so und dann nimmt man einen von den Wireless-Go-Sendern und kann das da einfach reinstecken. Und jetzt habe ich hier eben das Mischpult und kann hier einfach den Kanal umschalten und dann kommt der Sound aus dem Lavalier-Mikrofon und wir hören schon, auch das klingt gut. Und damit habe ich jetzt tatsächlich einige Möglichkeiten in Zukunft, den Ton für meine Videos wesentlich flexibler und technisch einfacher aufzunehmen, als das bisher der Fall war. Fassen wir zusammen. Bisher brauchte ich für den Ton für meine Videos das Mischpult, am besten mit Netzteil, das Kabel zur Kamera, ein Mikrofon und auch für dieses ein Kabel. Jetzt ist es nur noch der kleine Empfänger mit dem kurzen Kabel und ein Sender mit Puschel, dazu das Ladekabel und gegebenenfalls das Ansteckmikrofon. Oder nochmal anders, bisher brauchte ich diese Tasche und das Mischpult noch dazu, denn das passte da nicht rein. Jetzt ist es nur noch dieses Täschchen und gegebenenfalls das Säckchen mit dem Ansteckmikrofon. So und jetzt seid ihr dran. Schickt mir gerne eure Fragen und Anregungen zum Beispiel hier in den Kommentaren. In diesem Sinne, auf Wiederhören und danke fürs Zuschauen. Das Mischpult, das Kabel zur Kamera, das Mischpult und das Kabel zur Kamera. Und das Netzteil haben wir vergessen. Nochmal.